Was ist bei der OPAC? Bei der OPAC zu arbeiten lohnt sich vor allem, weil man ein familiäres Umfeld hat. Trotzdem, dass wir hier schon recht gross geworden sind, ist es doch noch sehr familiär geblieben. Wo Mitarbeiter immer respektvoll miteinander und untereinander umgehen. Wie der wunderschöne Campus, den wir hier haben. Der ist super erreichbar per ÖV und mit dem Auto. Die Arbeit wird von der OPAC sehr wertgeschätzt. Auf jeden Fall auch der gute Kaffee, den wir hier haben. Mein persönliches Highlight ist das OPAC Fun jedes Jahr, welches leider wegen Corona zweimal nicht stattfinden konnte. Aber ich bin zuversichtlich, dass das dieses Jahr wieder der Hammer wird. Für mich ist das Highlight auf jeden Fall das monatliche Teamessen, das wir haben. Das Highlight ist seit vier Jahren der OPAC Campus, unser Arbeitsort, der jeden Tag wieder Freude macht. Es gibt eigentlich keinen Grund, nicht bei der OPAC zu arbeiten. Wir haben ein cooles Team. Wir haben es alle gut miteinander. Es ist eine coole Arbeitsweise. Da gibt es für mich keinen Grund, warum wir nicht bei der OPAC arbeiten. Ja, das ist eine gute Frage. Es spricht eigentlich nichts dagegen. Unbedingt bewerben. Also, das ist ein击 permanenes. Das ist ein weiteres Stück. 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 Vielen Dank.